Herzlich willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo. Der Stream auf Twitch startet jetzt. Wir werden am Anfang erst wahrscheinlich ein bisschen Fortnite spielen mit meinem Freund zusammen. Link zu seinem Kanal steht natürlich in der Videobeschreibung. Später wird es dann, also später so gegen 16, 17 Uhr ungefähr, wird es dann mit Hypixel Skyblock weitergehen. Nach, glaube ich, zwei oder drei Wochen das erste Mal wieder mal gucken, wie viel Geld wir zusammen gearbeitet haben. Bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut. Dieses Video mit euren Freunden teilt, damit die auch auf den Twitch-Kanal kommen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß.